Hallo zusammen, da sind wir wieder. Wir haben uns hier gerade an einem schönen Feuer, ja auch kalt jetzt, Sonnenuntergang. Und ja, in der Zwischenzeit haben wir auch ein bisschen was gemacht, sind fleißig gewesen. Wir haben hier den Hattatori, oh ne Hattori heißt er ja, seine Güter besorgt, dass er wieder schmieden kann und ein bisschen unter die Arme gegriffen. Er ist jetzt aber in der Aufnahme nicht mit drin. Auf jeden Fall hat er uns ein schönes Schwert gezimmert, was aber schon schlechter war als unser Schwert, was wir bereits haben. Und jetzt bin ich gerade bei einer Nebenquest, und zwar Ausrüstungsteile der Wolfsschule zu finden. Ja, da werden wir doch jetzt mal gucken. Ich weiß nur nicht, das führt mich hier direkt zu diesen Pfosten, um weiterzureisen. Ich weiß jetzt nicht, ob das der richtige Weg ist. Wir schauen einfach mal und rennen da jetzt hin. Oh ja, und schon wieder Stress. Den hat's erwischt. Alles gescriptet hier. Ich wusste natürlich, dass sie hier stehen. Nee, aber in der Stadt tauchen die immer randommäßig auf, so wie es scheint. Ja, ich wollte eigentlich hier irgendwie raus, ne? Ja. Muss ich doch noch mal außenrum. Naja, die haben ja Spaß. Oh, verdammt! Oh, ei, ei, ouch. Ich wollte eigentlich nur gucken. Hier scheint was schiefgelaufen zu sein. Vielleicht sucht die Ruinen des Signalkurms bei Herr Morhem. Muss ich da denn landesübergreifend? Reisen sind diese Ruinen. Und här feelings doch aber auch dyre. Ich muss sich das. Nein, ja, ich muss diese Ruinen her side ja drüss. Und das ist die Ruinen des26府 war her. Leise ist das Ruinen. Also ganz ehrlich gesagt, ich weiß es gerade nicht, wo ich hier hin muss. Schauen wir doch mal, dass wir hier mit einer anderen Quest zunächst weitermachen, bevor die Triss noch auf dem Scheiterhaufen landet, wie hier die anderen, wenn wir erstmal die Quest machen. Muss ich mir später mal anschauen, was es denn mit den Rüstungsteilen auf sich hat. Ja, hier scheinen es auch noch eine Aufgabe zu geben. Ich glaube, das war doch die Kneipe hier. Ah ja, genau. Den Rittersporn haben wir ja schon gerettet. Was war das denn? Sie hat auf meine Gesichter. Oder könnte es gut sein. Ich habe mich ein Hörmunger und ein Wettbewerb. Kannst du mir vorstellen? Wettbewerb ist mein Forte. Ich muss sagen, Priscilla ist wirklich auf mich growing. Schrauben es. Und warum nicht du schraubst deine Brüder? Probe zu ihr, dass sie falsch ist. Genau das, was ich plane, zu machen. Ich habe immer so gedacht, dass mein eigenes Cabaret zu haben. Ein bisschen paint und pflaster in diesem Ort wird es gut machen. Ich habe nur ein Hitsch, nur eine Kugel. Also, wenn du einen Geist mit dem Drowners und Ekema-Jigs hast, vielleicht kannst du dir helfen mit einem Freund zu helfen. Hmm Ich bin jetzt mal gespannt, wie teuer das Ganze wird Wie kann ich dir helfen? Ich habe diese Mädchen mal gebeten, Sophronia. Das ist ein Name, wenn du es glaubst. Sie hat einen Zettel für einen Vater, Importer von Speisen von Zeracania. Und Daddy-Dier würde niemals seine Daughter-Dier eine Sache verabschieden. Wir können die Koffer von ihr ausbauen. Okay, erzähl mir, was du willst. Ich habe das Gefühl, du hast einen Plan gekocht. Sophronia könnte immer noch eine Koffer behalten, nach unserer unverschuldigen Partie. Aber mit ein wenig Hilfe von dir, ich weiß, dass sie mich verabschieden wird. Und dann geben mir diese Koffer. Was soll diese Hilfe enthalten? Erstens, wir müssen eine Koffer von Madame Arena holen. Eine ihrer Koffer. Du kennst das, was sie bei den Koffern verwendet werden. Lass das, dann treffen wir uns außerhalb Sophronia's Haus. Lass uns sagen, ich verabschiede und gucke Madame Arena zu sehen. Was würdest du in der Zwischenzeit machen? Etwas, das muss ich zu Ende. Aber ich versuche, ich werde es tun, bevor du mit dem Koffer zurückkommst. Dann erzähle ich dir das Rest. Ach, der Mensch ist doch neugierig. Wir lassen uns mal drauf ein. Gerold, die einzige Koffer in diesem Plan werden die, die meine Koffer füllen. Es wird funktioniert. Du siehst. Ich bekomme die Koffer von Madame Arena und kenne mich außerhalb Sophronia's am Sonntag. Oh, mein Name hat mir geflogen. Oh, mein Name hat mir geflogen. Sie hat mir nichts gegeben. Ähm, ja gut. Dann verfolgen wir doch erstmal diese Quests, bevor wir die andere Quests noch machen. Das ist Wahnsinn, wie viele Quests sie einfach gibt. Deswegen werde ich wahrscheinlich auch nie in Skelly geenden. Hm. Ich wünsche dir Glück, du brauchst es. Ah, sehr gut zu sehen. Ich habe eine Request. Du brauchst einen von deinen Koffer, einen von den Koffern, die du für die Stage-Battel benutzt hast. Oh, was für das braucht? Ich weiß nicht, aber Dandelion sagt, dass es essentiell ist. Oh, ja. Ich verwende das. Herr Dandelion könnte eine Hand haben. Ich hoffe sicher, dass du nicht mit dir spielen möchtest. Gut. Dankeschön. Ich versuche nicht, es zu schmerzen. So lange. So, jetzt haben wir unser Holzschwert. Ich wette, der macht da irgendwie eine Szene nach dem Motto, oh, er greift mich an oder ich soll sie angreifen. Er rettet sie und ja, dann bei ihr ein Stein im Brett oder was anderes irgendwo drin. Kann man hier eigentlich so einem Bettler mal Geld geben? Das finde ich mal cool. So Karma-Verbesserung oder sowas. Hallo. Der möchte nicht. Oh, du bist ein Mensch. Danke. Ah, endlich bin ich. Entschuldigung, hier ist der Plan. Sofronien liebt mit romanzischen Rommagen. Ich kann sie ein Hörer sein, wenn ich sie einfach aus einem Bandit retten kann. Ich werde sie aus meiner Hand zu essen, und es gibt keine Chance, dass sie mir diese Lose begrüßt. Ich will mich als Bandit sein. Ich wusste, dass du die Sense in das gleiche sehen würdest. Bist du ernsthaft? Das ist dein Plan brillant? Ich habe das nie immer brillant, aber jeder Art Plan ist besser als nichts. Ich habe schon deine Länge geschrieben. Du hast was geschrieben? Also du wirst wissen, was zu sagen während der Performance. Hier, Andromask, auf. Sophronia kann dich nicht kennenlernen. Aber... Keine Zeit. Sophronia kommt. Schau an dem Plan. Wir treffen uns in der Rosemary in der Morgen. Stopp da. Was ist das? Hilfe! Schau mich! Wieso erkennt ihr den mit einer Maske? Wieso erkennt ihr den mit einer Maske? Nein. Nein. Nein, Anfänger. Z pause, Vermin. Du wirst als Tag geschworen. In der quit! Du bist besser als ich bin. Ich habe mich verletzt. Jetzt! Geh zu Hause, schnell. Er kann nicht uns da kommen. Eternal Fire, was sollst du von uns? Lass uns sein! Diese Verrugge wird schnell weg. Ich bin sicher. Er würde nicht die Verrugge getroffen werden. Er würde? Ja, dann Hilfe, Hilfe, Hilfe! Laufen wir weg. Unfassbar. Nach all dieser Aufregung müssen wir erst einmal meditieren, damit wir total entspannt am nächsten Morgen sind. Natürlich... Oh, hier ist ja... Rückgangsverkehr... Äh, in der... Bar... Dendoline oder Rittersporn, wie auch immer er heißt, treffen können. Es ist schwer zu tun, Herr Schmuck. Es wurde ein Verständnis. Du bist hier zu früh. Wir haben uns mit einem Verständnis gewonnen. Wir haben heute gewonnen. Wir haben heute gewonnen. Die Verständnis sind alle in der ganzen Welt und die Crews verraten. Wir beginnen nur kurz, als unsere liebige Direktorin kommt um zu entscheiden. Aber Dendoline hat noch nicht die Geld für dich? Es ist jetzt, oder bald wird er. Er arbeitet auf dem Weg. See, it's all peachy. So will you finally decide what style you want for this interior? Hmm, what are our choices? Master Dandelion said he was torn between boudoir style and theater decor. Promised to let us know his choice as soon as we arrived. Now we're here, but no decision's been made. And the lady's horribly surprised she's to choose. Heh, though apparently this whole renovation's for her sake. Ah, I'm not so sure. Well, it's not for me. Now would you please decide where I bust a vessel? I've no idea what Dandelion would like. Gervil, you've known him longer. Say something. Uh... 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 Let's go ahead and see. Let's go ahead and see. Uh... 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 You have to go ahead and see me again. Jetzt muss man sich anschauen. Wer hätte es wissen können. Außer was die Leute sagen über ihn, Dandelion hat seine Leben sehr rationalisiert. Das ist wahr. Er gehört zu dem Prinzip, der eine Leben genutzt ist eine Leben, die gut genutzt ist. Du musst nicht sagen. Ich bin nicht. Ich meine das. Es gibt nichts mit dem Prinzip. Dandelion weiß, wie eine Leben genutzt ist. Das ist eine gute Sache. Dandelion kann auch responsiv sein. Er bezahlt für jemanden, der für ihn arbeitet. Und er hat niemals eine Leistung verletzt. Ich hoffe, dass dein Öffnung nicht der erste sein wird. Er ist noch nicht hier. Na gut, er hat gesagt, als er das Geld bekommen hat, er sieht Polly, unseren Choreografer. Sie hat die letzten paar Reheersagen verletzt. Ich hoffe, dass er nicht in Probleme hat. Was mit Dandelion möglich ist. Mal sehen, ob ich ihn finden kann. Oh, jetzt muss ich schon wieder nach dem Suchen. Ach, ne. Das war eben Wetter. Was mit Dandelion? Ja. Was ist der Rucki? es about Polly and her half-brained fiance they're fighting she's the only one in this town who knows anything about choreography and that lummox won't let her work for me hold on what are you doing here we were gonna meet at the rosemary we were but you didn't show Priscilla started to worry so I came to see how you were doing Priscilla started worrying about me that's so nice less for her than for you I'm sure so let's get back did you not hear what's going on in there we've got to help Polly why do beautiful women always end up with such dicks no idea stand back I'll break the door down wait do we have to destroy her house she keeps a spare key around here somewhere fine let's find the key oh there is yeah scheinlich voll weit weg versteckt whoa what the devil's this get out of my ass watch it and leave the woman alone what the she's my betrothed but I'm not your property I love her I'll not let her sway her ass in his brothel whoa slow down there a minute this is clearly one gigantic misunderstanding one I can clear up in the blink of an eye shove your excuses up your ass shut off or I'll split your skull my friend asked you nicely so please be courteous in return and hear him out or we'll settle this another way all right so Puvio right Paulie's told me so much about you she said you said that well there's a truth to it my mind's the open salt but it's open sortedness ends when my betrothed starts wagging her arse around brothels get out of you see friend Geralt just hit the nail on the head for what you have there is the old publicity placard old very from a time when my establishment was under different management I however would never let any indecency take place in my cabaret my very reputation precludes it so what's all this about your betrothed is a first-class artiste and I want to offer her a position worthy of her talents she's to be my choreographer and that in turn means she'll receive a share of the proceeds from every performance she choreographs you mean to say coin and to say no flirting required you have my word oh suppose in that case I knew you'd agree it's settled then see you at the rosemary Paulie well I'm off I'll catch up to you never expected that to go so well could have skipped all that talking if you'd left it to me what so you could smack him stop to think how Paulie react to that think she'd be thrilled what if he smacked you back and won he wouldn't have won so time to head back I've still got to stop by Rotlix commissioned some new placards from him a while ago but hubio came across the old version howling artists got some serious explaining to do I'll go see Rotlix you head back to the rosemary really you go no said that for the hell of it tell me where he lives port side see you soon oh 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 Ich schaue einen Rotlick. Du bist nicht alleine. Der Schmerz-Halfling ist in der Nähe von der Stadt. Aber ich bin hier, um mir zu schrauben, um die Karkasse zu verletzten. Es ist nicht genug für alle, also bücher sie. Feeding times, first come, first served You're not gonna rob him Strange, don't look cool asking your permission Get him, Fred! Er holte in letzter Zeit so selten das Schwert raus Komm, zieh das Schwert Kann mir einer erklären, warum der das Schwert jetzt nicht zieht? Na ja, dann halt ohne Schwert Placards There ain't no plowing placards here And Rodlick, where's he? Same place as always Vagal butter state Losing his last crowns at the races See, wasn't that easy Could have said so right away Heading up and kiss my arse I tell you, this is your demise Ah, what's this trying to happen Come close, don't be betrayed You'll find our every deal in heaven In the garden by Scyber's AHHHHH GERINEN'S HEALTH ARGH GERINEN'S HEALTH GERINEN'S HEALTH GERINEN'S HEALTH GERINEN'S HEALTH GERINEN'S HEALTH So, dann wechseln wir mal schnell den Platz zu dem Wegelbund. Ich hoffe, dass wir ihn dann da finden und nicht noch weiterrennen müssen. Ich habe mich gefragt, ob ich einen Teil in den Rennen teilnehmen kann. Wenn du für die Rennung und eine Stimme hast, warum nicht? Entschuldige bitte, es ist eine Rennung, die jetzt beginnen. Hier kann man Renn mitmachen, aber ich klicke hier erstmal vielleicht später an. Wir sind jetzt gerade noch wegen einer anderen Quest hier. Wollen wir nicht schon wieder eine neue? So, wer ist das denn jetzt hier? Wer hier? Ah, der kleine wahrscheinlich, da. Herr Rotlick. Herr Rotlick. Artist, painter, debtor, und martyr zu meinem Art. Auf Ihren Service. Dandelion hat mich geholfen. Oh, ja. Ich sage ihm seine Placards haben geholfen und sicherlich geholfen. Aber ich kann sie nicht. Weil ein Grupp von wunderschönen Kreditor haben meine Haus. Ich glaube, dass ich einen von ihnen hätte geholt. Dann wirst du meine Predikament. Und jetzt, Count Deluverton hat mich geholfen, um es wieder wieder zu gewinnen. Ich bin ein Wäger auf einer Rennung. Was ist da, was zu beschäftigen? Das ist deine Chance, um sich zu verabschieden, um ein clean slate zu gewinnen. Wir haben heute ein Schmerz von schlechten Glück gehabt. Wenn ich mit Deluverton zu verabschieden und zu verabschieden, dann werde ich ihn mit ihm auf alle Zeit verabschieden. Für 200 kann ich das Rennen eigentlich mitmachen. Let's do this. I'll enter the race. You'll bet on me. Win. Pay your debts. Then give me the placards. Were that good a rider? Far from the worst. Go tell the Count you accept his offer. So, ich hoffe, wir können jetzt eben noch abspeichern. Weil, wenn wir es doch nicht gewinnen, ist ja immer so eine Sache. Na, ich wette, er lädt jetzt direkt, bis das Rennen beginnt. Dann werden wir sofort starten. Können wir uns hoffentlich noch ein Pferd aussuchen oder nicht? Ich speichere jetzt mal, aber das sieht gerade ein wenig seltsam aus hier. Ähm. Okay. Äh, wo bin ich hier? Ähm. Alles klar. Auf tauchen geht auch nicht. Ich bin ja auch irgendwo... Ich bin im Nichts. Das ist ja immer lustig und interessant. Ähm. Der letzte Kontrollpunkt. Nehmen wir mal den Kontrollpunkt hier. Probieren noch einmal, ob man an der Stelle das Rennen dann machen kann. Oder ob wir wieder im Gegenteil landen. Der Warlord hat die junge Frau in. Sie hat sie zurück zur Gesundheit. Und sie hat sie auf ihrem Weg nach Novigrad. Aber echt kurios. Auf einmal ist man 1400 Schritte entfernt. Und ist irgendwo unter Wasser. Probieren wir es nochmal. Ich wirke die Unterhaltung jetzt hier einmal, äh, ab. Die haben wir ja schon gerade gesehen. Ich denke... Ich denke... Ich denke... Ich denke... Ich denke... Was ist das? Alvarez. So. Ich gewinne das Rennen für dich. Dann schauen wir an der Stelle jetzt nochmal, ob das klappt. So. Ah, jetzt passt das Ganze auch. Oh! Ahendo! Oh! 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 Ah, bringt mich hier ab, der Sack. Was scheint das hier zu sein? Naja, doch noch nicht. Aber ich glaube, seitdem ich hier den neuen Sattel habe, hat sich das wirklich mit der Pferdeausdauer ordentlich verlängert. So, das scheint auch geklappt zu haben. Dankeschön. Ich habe das nie erwartet. Kann ich mich fragen, was ich diese Generäuheit verdiene? Let's just say, I like to do a good deed from time to time. Can we get those placards now? I'll bring them to the Rosemary and Tyne. Just as soon as I settle my obligations. Fine. See you there. So, alles klar. Dann geht's zurück zum Wegpunkt. Oh, neuen Gegenstand erhalten. Müssen wir mal eben schauen. Meisterlich gefertigter Sattel. Oh, da ist er. Aber ich habe einen überlegenen Rennsattel. Also, behalten wir erstmal den überlegenen Rennsattel. Der klingt ja auch recht überlegen. Und zurück zu Rittersporen. Und dann, denke ich, machen wir an der Stelle einen Cut. Und schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Was ist denn hier los? Oh, Entschuldigung. Jetzt habe ich die große Party hier ruiniert. Oh, das ist ein Räschluss. Großartig, heute Nacht. Großartig in der Nacht. Eine Leistung von der Elektronik-Dark M.G. Manager. Nichts. Oh, das ist ein Räschluss. 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 Nein, nein, nicht alles. Aber ich würde sagen, etwas mehr, du weißt, mehr Theatrical. Was für Rotlick? Hast du die Plattgarten? Rotlick sagte, dass er sie auf seinem Weg gebracht hat. Sie sollte bald hier sein. Great, das beste Weg, um die Chameleon zu entwickeln. Ich glaube, dass alles fertig ist. Also, wann ist die Öffentlichkeit? Soon. Wir beginnen unsere Dress-Räschluss in eine Stunde. Ich muss nur zurück nach Hause für meine Dress. Danke für alles. Nichts. Es scheint, meine Cabaret-Dreams zu kommen. Es scheint, meine Cabaret-Dreams zu kommen. Also, um zu feiern? Ich bin. Warum nicht? Das ist mein Juni. Das ist mein Juni. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Nein, warum? Nein, nein. Nun, ich habe nie gedacht, ich hätte leben, um zu sehen, die Dandelion in Monogamy leben. Ich habe immer einen Monogamisten. Ich bin immer monogamist. Ich habe einfach oft vermittelt. Ich habe immer oft vermittelt. Nein, sie ist Its crowning glory. Eine Sache mich macht. Wie hast du das Geld von Sophronia geschafft? Es war nicht einfach. Sie wurde so excited über unsere Performance, ich musste sie für vier Stunden readen. Vier Stunden von der Kloak und der Dagger. Du meinst, du nicht... Bist du verrückt? Wer denkst du, dass ich bin? Hm, ob man ihm da trauen kann? Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Sie ist zu früh, natürlich. Sie wusste, wie wichtig es für mich war. Natürlich hat sie es. Wahrscheinlich macht sie sich nur schön. Es dauert Zeit, du weißt. Also, es ist wahr. Eine Frau von Sophronia kennt keine Verbindungen. Was ist das Dandelion? Priscilla, sie ist... Was? Sprich, Mann! Sie ist schade. Sie hat getötet. Sie hat sie zu Marius Hospital getötet. Getötet? Sie ist getötet? Geralt, komm mit mir, bitte. Natürlich. Let's go. Tragisch. Was ist da wo passiert? Tragisch. 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 Priscilla. Tragisch. 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 Das ist das Geheimnis. Es hat noch nicht geholfen. Es hat noch nicht geholfen können. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Als Geheimnis, ich weiß die wichtigste Geheimnis. Im Gegensatz zu warten. Ich würde lieber ihn abschneiden. Nicht wie ein Tumor. Sie werden mich in die Morgue bringen? Bei der Hauptentranken, sicherlich nicht. Aber Sie können auch in die Nähe, durch die sewers. Die sewers? Geheimt sie oft, Doktor? Wie oft ist es, um... für die Präzise der Präzise. Alternative treatments. Aggressiv, ich denke. Interessant. Wir können das überraschend sein. Sind Sie bereit? Ja, bereit und interessiert. Wer könnte es denn gewesen sein? Es bleibt spannend. Und von einer Quest gerät man in die nächste. An dieser Stelle werden wir dann einen Cut setzen. Hm? 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 Ich denke... Verwärmung der Verwärmung der Verwärmung werden kann sehr schuldig werden. Ist es nicht besser, dass es das Problem in den Blut geben wird? Ich versuchte, den Tempel-Guard, um die Sewers zu kommen. Achso! Kein Problem. Du verdammten Idealisten, die für uns verhören. Na gut. Dann werden wir an der Stelle jetzt wirklich einen Cut setzen. Und beim nächsten Mal schauen wir dann, was wir in der Katalisation und wen wir vor allen Dingen finden. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.